In diesem Video möchte ich euch meinen komplett neuen und mega einfachen Fortnite Chapter 3 Season 2 XP Glitch zeigen. Mit diesem XP Glitch könnt ihr ohne Probleme komplett AFK, so viele XP machen wie ihr wollt. Ihr könnt schon sehen, ich habe durch diese und andere XP Glitches auch schon Level 61 erreicht. Und das Ganze wirklich innerhalb von ein paar Stunden. Und ja, falls ihr mich noch kostenlos unterstützen wollt, könnt ihr gerne noch meinen Creator Code im Item Shop eingeben. Dazu müsst ihr einfach nur in den Item Shop gehen, einmal auf Creator unterstützen. Und dann gebt ihr einfach einmal den Creator Code CASER ein und somit könnt ihr mich schon kostenlos unterstützen. Und außerdem, falls ihr es noch nicht wusstet, auf diesem Kanal habe ich zur Zeit noch ein Gewinnspiel am Start. Denn ich verlose für euch 10 Battle Pässe in Fortnite, also 10 mal den Battle Pass. Und falls ihr 1 von 10 mal den Battle Pass gewinnen wollt, müsst ihr einfach nur diesen Kanal hier abonnieren. Dazu einmal die Glocke aktivieren, dann ganz einfach diesem Video hier ein Like geben. Und dazu ein nettes Kommentar in die Kommentare schreiben mit eurem Epic Games Namen. Und wenn ihr es gemacht habt, nehmt ihr automatisch ein Gewinnspiel teil und habt die Chance, einmal den Battle Pass zu gewinnen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an mit dem eigentlichen Video. Wie ihr gerade eben im Hintergrund schon gesehen habt, müsst ihr zuerst einmal den Kreativ Modus starten. Also geht einmal einfach auf Kreativ Modus, startet das Ganze dann einfach einmal und wartet jetzt einmal, bis ihr drin seid. Sobald ihr jetzt drin seid, geht ihr einfach zu irgendeinem Portal hin, ist wirklich komplett egal welches. Und gebt jetzt einmal genau den gleichen Inselcode ein, den ihr jetzt gerade im Hintergrund seht. Also 9672, dann einmal 0. Aber ihr seht es selber im Hintergrund, könnt ihr einfach abschreiben. Falls ihr das Ganze nicht genau erkennt könnt, dann haltet einfach kurz das Video an. Und ja, wie gesagt, sobald ihr jetzt diesen Inselcode eingegeben habt, geht ihr einfach einmal auf Bestätigen und bestätigt das Ganze. Ihr müsst hier auch keine besondere Version eingeben, weil die Version, die ihr so bekommt, also die Version 24, ist eigentlich auf dem neuesten Stand. Falls es für euch eine andere ist, also falls es nicht Version 24 ist, dann gebt ihr einfach nochmal V24 ein für Version 24. Und sobald ihr das Ganze gemacht habt, solltet ihr das Ganze auch wirklich schon von alleine starten. Also ihr müsst hier nicht irgendwie noch irgendwas eingeben. Dann lauft ihr jetzt einmal hier zu diesem Terminal und gebt einmal den Creator Code CASER ein, wenn ihr mich nur unterstützen wollt. Aber wie gesagt, ihr müsst einfach irgendeinen Creator Code eingeben, könnt aber gerne meinen eingeben. Würde mich auf jeden Fall unterstützen. Was ihr jetzt macht, ihr lauft einmal in den Rift rein und sobald ihr in den Rift angekommen seid, müsst ihr hier einmal zu diesen Säulen hingehen. Ihr seht, es gibt einmal Treppen, es gibt einmal Säulen. Ihr lauft jetzt ganz einfach einmal zu den Treppen, also nicht zu den Treppen, sondern zu den Säulen hin. Genauso wie ihr es gerade im Hintergrund seht. Und geht einmal zu der Säule, die ganz rechts ist. Da geht jetzt einfach mit einem Grabler einmal hoch, also grabbelt euch einmal sozusagen bis nach ganz oben. Und sobald ihr jetzt oben angekommen seid, passt auf jeden Fall auf, dass ihr nicht runterfallt, weil sonst werdet ihr despawnt. Und ja, sobald ihr ganz oben angekommen seid, geht ihr einmal links in die Ecke und dann sollte hier so ein Interaktionssymbol sein. Damit interagiert ihr einmal. Dann sollte das verschwinden, dann wartet ihr kurz und interagiert nochmal, also insgesamt zweimal. Dann springt ihr jetzt einfach einmal runter und grabbelt euch hier wieder hoch, zack, dass ihr hier einmal wieder drauf seid. Und jetzt seht ihr links von euch einmal hier nochmal solche Türme. Da geht ihr einfach einmal auf die rechten Türme, nicht auf die großen hier, sondern auf die rechts daneben. Und dann geht ihr einmal hier auf dieses unsichtbare. Da seht ihr so eine unsichtbare Wall. Da springt ihr einmal drauf und baut einfach eine Pyramide. Damit ihr genau wisst, wo die Mitte ist, dann stellt euch einfach auf die Mitte, baut das Ganze direkt wieder ab. Und jetzt macht ihr irgendwelche Emotes. Einfach irgendwelche Emotes, macht zwei, drei Emotes, einfach mal genau wie ich das auch mache. In der Zwischenzeit könnt ihr auf jeden Fall gerne mal den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Auf jeden Fall mega korrekt, falls ihr keine weiteren XP Glitches verpassen wollt. Jetzt grabbelt ihr euch einfach wieder raus und geht hier einmal zu diesem Terminal, wo ihr restarten könnt. Und das macht ihr dann auch direkt einmal, also geht hier einmal drauf und restartet das Ganze dann direkt einmal. Und sobald ihr es gemacht habt, solltet ihr hier wieder sporen. Jetzt wartet ihr einfach einmal kurz, bis die Zeit abgelaufen ist. Und sobald die Zeit abgelaufen ist, könnt ihr euch hier wieder frei bewegen. Also müsst nicht irgendwie gucken, dass ihr nicht respawned werdet. Und jetzt, wenn ihr das Ganze gemacht habt, geht jetzt einmal zu dem Terminal, wo ihr einen Creator Code eingeben könnt. Zuvor, bevor ihr das macht, geht ihr aber einmal hier hin und guckt jetzt einmal nach einem unsichtbaren, beziehungsweise nach einem versteckten XP Button. Das werdet ihr jetzt hier sehen, der ist hier irgendwo oben versteckt. Da müsst ihr kurz gucken, das ist ein bisschen schwer den zu finden, aber wenn ihr das richtig ein paar Mal macht, dann werdet ihr den auf jeden Fall finden. Dann seht ihr einfach, es ist ganz normal einfach ein Punkt. Da interagiert ihr einfach einmal mit. Und sobald ihr es gemacht habt, lauft ihr jetzt einmal zu diesem Terminal, wo ihr einen Creator Code eingeben könnt. Und da stellt ihr euch einfach einmal drauf. Genauso wie ich das auch mache. Der hier ist das. Stellt ihr euch drauf und dann springt ihr einfach einmal nach oben. Dann solltet ihr automatisch hier auf dem Dachboden sein. Und dann geht ihr jetzt einfach einmal auf die gegenüberliegende Seite, also lauft auf die andere Seite, wo die Tür ist. Und ja, sobald ihr das Ganze jetzt gemacht habt, hier rechts von euch, sollte hier so ein Kasten mit ganz einfachen Holzkisten stehen. Normalerweise gab es hier auch mal einen XP Glitch, der wurde aber leider gepatcht. Was ihr nämlich jetzt machen müsst, ihr springt jetzt einmal auf die Tür drauf. Also müsst ihr jetzt einmal links von, also links neben die Tür gehen. Und dann könnt ihr von links drauf springen, so wie ich das mache. Hier macht ihr jetzt einfach irgendeinen Emote. Und sobald ihr das Ganze gemacht habt, sollte rechts von euch jetzt ein unsichtbarer Boden sein, wo ihr drauf springen könnt. Das ist wirklich ein bisschen schwer, den direkt zu finden. Ich habe das auch nicht direkt geschafft. Ihr müsst da einfach ein bisschen von der Tür hoch springen. Also ihr springt auf die Tür rauf und springt dann einfach rechts ein bisschen hoch. Ihr werdet es gleich sehen, wie das funktioniert. Also ihr könnt es dann eins zu eins so nachmachen, wenn es bei mir funktioniert hat. Aber ich wollte euch das jetzt mal nicht rauscutten, damit ihr seht, dass ich das auch nicht beim ersten Mal geschafft habe. Also wenn ihr es nicht beim ersten Mal schafft, ist es kein Problem. Versucht es einfach zwei, drei Mal. Und dann werdet ihr es auf jeden Fall hinkriegen. Ihr müsst einfach nur auf die Tür einmal drauf gehen. Und dann von der Tür wirklich einfach ein Stück nach rechts springen. Also nicht gehen, sondern wirklich springen. So wie ich jetzt auch. Ich habe es jetzt gerade geschafft, bin aber wieder runtergefallen. Also auf die Tür, dann einfach springen. Und dann seht ihr, ich habe es jetzt gerade wieder geschafft. Dann müsst ihr natürlich stehen bleiben. Wenn ihr dann weiter geht, dann werdet ihr runterfallen. Ihr seht, zack, ich habe es jetzt geschafft. Jetzt macht ihr einfach irgendeine Emote und seht, ihr bekommt XP. Ich bekomme jetzt hier nur zwischen 4 und 10 XP. Das liegt daran, dass ich schon richtig viele XP Glitches in der letzten Zeit gemacht habe. Wenn ihr aber noch keine XP Glitches oder nur wenig XP Glitches gemacht habt, dann bekommt ihr hier zwischen 500 und 10.000 XP die Sekunde. Also in den ersten 2-3 Minuten bekommt ihr 10.000 XP und danach bekommt ihr noch so 200 bis 400. Damit könnt ihr euch AFK die ganze Zeit leveln. Das hört auch nicht auf, sondern ihr könnt es die ganze Zeit so lange laufen lassen, wie ihr wollt. Das war aber noch nicht der einzige XP Glitch, sondern es gibt noch einen anderen, mit dem ihr das Ganze nochmal boosten könnt. Also wenn ihr jetzt das Ganze gemacht habt und ihr habt 10.000 XP bekommen, dann könnt ihr das Ganze einfach nochmal machen und bekommt wieder 10.000. Dazu geht ihr einfach wieder in den Rift rein. Dann restartet ihr das Ganze einfach nochmal. Dann müsst ihr jetzt wieder diese 8 Sekunden warten. Und an 8 Sekunden werdet ihr dann nochmal respawned. Sobald ihr das Ganze jetzt gemacht habt, solltet ihr automatisch wieder das spawnen. Und jetzt geht ihr hier einfach genau zu der gleichen Location hin, wie ich es auch mache. Und zwar hier gegenüber von euch ist ja hier diese Map. Da springt ihr einfach einmal aufs Schild drauf, macht einen Emote und dann solltet ihr automatisch in so einem unsichtbaren Raum spawren. Hier sollte dann so eine Holzwand sein, wo ihr nicht durchgehen könnt. Ihr könnt ja auch nicht kaputt schießen oder sonstiges. Das Ganze ist jetzt ein bisschen versteckt. Wie ihr das Ganze macht, ist aber wirklich einfach. Und zwar geht ihr einfach links von euch, sollte so ein Eingang sein zu einem Raum. Und in diesen Raum geht ihr jetzt einfach einmal rein. Ihr seht, im Hintergrund bekommt ihr die ganze Zeit weiterhin AFK XP. Und normalerweise sollten das zwischen 200 und 600 sein. Oder auch 400, das ist immer unterschiedlich. Was ihr macht, ihr geht in diesen Raum rein, geht ganz hinten an die Wand dran, das ihr nur noch zielt. Und dann schießt ihr einfach gegen die Wand. Und dann solltet ihr sehen, im Hintergrund ist schon irgendwas kaputt gegangen. Diese Holzwand ist jetzt weg. Und jetzt könnt ihr hier einmal durchgehen. Dann solltet ihr hier so ein relativ großes Ding sein, womit ihr interagieren könnt. Das macht ihr einmal. Real Button steht da. Und dann dreht ihr euch einmal um, sobald ihr interagiert habt. Und dann solltet ihr noch ein richtig kleiner Button sein. Und mit dem interagiert ihr auch nochmal. Und dann solltet ihr nochmal einen XP Boost bekommen, wo ihr nochmal mehrere 10.000 XP bekommt. Bei mir ist das jetzt nicht der Fall, weil ich wie gesagt einen XP Cap habe. Aber normalerweise solltet ihr jetzt hier nochmal mehrere 10.000 XP bekommen. Das war es eigentlich auch schon mit dem Video. Falls ihr weitere Videos sehen wollt, abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke. Und ich würde sagen, haut rein. Bis zum nächsten Video. Ciao.